In der letzten Folge waren wir sehr erfolgreich als Mutter. Dieses Mal müssen wir hier Körbe werfen. Grüße gehen raus an Kai. Ich krieg das auf jeden Fall hin. Mit Windeln Körbe werfen. Verkackt. Jawoll. Boah, Alter. Was war das denn für ein Korb? Ah, das wird jetzt schon schwieriger. Ja, da nach hinten zu werfen. Boah, aber er ist drin. Oh, wow, Alter. Ich bin ja richtig krass hier, Alter. Ah, der war knapp. Ein bisschen höher ansetzen. Ah. Am Rande hier. Das kann doch nicht sein. Den links treffe ich eher gar nicht. Wir werfen auf jeden Fall ein bisschen höher. Was? Ein bisschen höher. Ja, jawoll. Mega nice. Die rechts treffe ich immer ein bisschen besser. Komm. Oh, ich habe irgendwas getroffen. Oh, Mann. Ich kann die eigentlich nochmal hier, oder? Ja. Gibt halt weniger Punkte, die da hinten würden mehr geben. Aber das ist nicht so einfach. Alter, mein Kind wirft mir da irgendwie Sachen zu. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Perfekt. So, ich bin gespannt, was in der heutigen Folge auf mich zukommt. Windel wechseln. Windel wechseln. Warte mal. Erstmal dann der alte nehmen. Böllern wir weg. Perfekt. Äh, ich muss aufs Klo. Scheiße, ich muss aufs Klo. Übrigens, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, in der Infocard verlinkt. Hey, ich bagge in der Tür. Ne. Oh. Alter, das war richtig knapp. Oh, geil. Oh. Richtig fett reinscheißen. Okay. So. Mein Junge. Puder. Erstmal hinschmeißen. Neue Hose für dich. Bitteschön. Schnulli. Willst du einen Schnulli? Safe will dein Schnulli. Habe ich doch gesagt. Tür auf. Ich weiß nicht, was du immer mit den Schnullis machst. Warum sind die immer dreckig? Was machst du denn? Bitteschön, für deinen Mull. Was willst du jetzt? Ich muss bald aufs Klo machen. Trinken. Milch, Milch, Milch. Fuck. Mutti muss aufs Klo. Abstellen. Und auf den Pott. Oh. Geil. Was ist denn mit diesem Spiel, Alter? Das ist so krank. Ja, komm. Steh auf. So. Äh. Milchpulver. Pulver. Drei Lippen sollten wie immer reichen. Zack. Passt auf jeden Fall. Dann hier. Zack. Drupp. Habe ich's. Ja, habe ich. Für dich. Was willst du jetzt? Ich muss bald wieder aufs Klo machen. Gibt's noch irgendwas? Untose. Was? Was ist denn mit dir? Was machst du denn? Puder. Scheiße, ich brauche das Puder. Ey, das gibt's doch nicht. Ich muss weg. Oh, jetzt bin ich schon fertig. Oh, zum Glück. Alter, das wäre jetzt wieder richtig knapp gewesen mit dem Klo. Alter, dieses Spiel. Drei, zwei, eins. Schnuller. Es ist... Auf dem Boden ist Eis. Was ist... Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, tschüss, Alter. What the fuck? Auf dem Boden ist einfach Eis. Warum habe ich keine Schlitzschuhe? Hier. In deinem Mull. Unterhose wechseln. Babypuder. Ich muss auch noch aufs Klo. Und Hunger habe ich auch noch. Heute kommt alles auf einmal. Hallo. Grab das Babypuder doch. Oh, scheiße. Ich muss ja erst die Unterhose ausziehen. Ich bin richtiger Profi. Das geht so schief. Das kriege ich niemals hin, irgendwie. Okay, Babypuder. Unterhose. Grab sie. Dranpacken. Was brauchst du? Willi. Milch. War klar. Ich muss in die Küche. Hapa, Hapa. Oh, hier haben wir auch noch was am Herd. Hapa, Hapa. Perfekt. Das können wir noch schnell waschen. Wobei das auch kritisch wird. Weil wir ja hier hin und her glitschen. So, fett scheißen. Geil. Ich muss wieder was essen. Ich habe Hunger. Komm, komm, komm. Steh auf. Es muss jetzt flott gehen. Würstchen. Noch ein Würstchen. Irgendwas vom Teller hier. Nein, nein, nein. Das brauche ich noch nicht. Erstmal hier Wasser jetzt hin. Was macht denn hier so komisch? Ach, mein Magen ist das wieder. Äh, Milchpuder, Pulver. Ich sage mal Puder. Bin schon voll im Stress gerade hier wieder. Okay, komm. Futter. Äh, Fläschchen noch zumachen hier. Pack, Trupp. Nimm. Und rüber. Noch 10 Sekunden. Bitte lass das letzte sein. Trink. Trink. Ende. Was? Ich soll dich nochmal... Ne. Ich schaffe das ja eh nicht mehr. Einfach dran machen. Oh, fuck. Oh, nochmal, Leute. Das ist ja richtig schwer. Let's go. Schnulli, Schnulli, nimm ihn. Grab ihn. Macht euch die Tür auf. Okay. Jetzt Konzentration, Leute. Konzentration. So, perfekt. Als nächstes war, glaube ich, Windel dran. Ja. Windel. Klatsch da hin. Puder. Zack. Grupp. Passt schon. Bauen wir zwar später nochmal, aber ist jetzt egal. Das war das nächste Milch, ne? Ja, Milch. So, dann geht mal her. Perfekt. Vollfüllen. Vielleicht kriegen wir die Milch noch fertig. Nein, jetzt habe ich das Ding umgeschüttet. Scheiße. Alles noch voll, tatsächlich. Okay. Okay. Lel. So, passt. Würstchen essen. Hier, grab'n wir uns noch irgendwas. Hier, grab'n wir uns noch irgendwas. Und jetzt muss ich auf den Pott. Fett scheißen. Oh. Alter, das ist richtig stressig. Wie geil ist denn das? Komm, mach schneller. Kack, schneller. Alter, was ist denn alles? Ohne Hände waschen. Scheißegal. Weiter. Erstmal fett was essen. Dann machen wir hier noch fertig. Fläschchen. Äh, einmal abputzen. Dann da draufpacken. Mitnehmen. Jetzt hier wieder rum. Trink. Oh, was? Ich wollte dich gar nicht nehmen. Ja, minus 10. Geil. Alter. What the fuck? What the fuck? Sorry, ich wollte dich nicht nehmen. Jetzt sieht das leider ein bisschen kacke aus. Wo ich dich in der Hand hatte, sahst du süß aus. Jetzt siehst du scheiße aus. Sorry, aber ist so. So. Höschen. Und fertig. Oh. Geil. Ich sehe nur eine Wand. Ach, ich muss dir Spielzeug bringen. Oh mein Gott. Wo ist denn das Spielzeug? Wo ist denn das? Schublade? Ne, hier sind nur... What the fuck? Hier. Äh, so eine gelbe Rasse. Bist du nicht langsam alt genug, um dir die Sachen selbst zu holen? Ich krieg's kotzen. What's? Weggeworfen. Jetzt wird es was Neues. Lass mich raten. Okay, ne Ente, ne Ente. Wo ist denn die? Da ist die Ente. Ist schon die, ne? Ja. Bitte. Guck mal, wie er sich freut. Jetzt hat er keinen Bock mehr darauf. Was willst du jetzt? Was zu trinken. Okay. Zumachen. Nehmen. Und... Bitte. Nimm. Ich muss kurz was essen. Happy, happy in mein Hull. Und kacken muss ich auch noch. Geil. Was ist das denn, Alter? Für ein Spiel. Komm. Was brauchst du? Rasse. Die da. Ne, die nicht. Die hier. Die willst du? Ähm. Mama muss was essen. Schnell. Ha. Richtig reinstopfen. Und jetzt fertig. Fertig. Mega fett nice. Das war's von dieser Folge. Wenn auch diese Folge euch gefallen hat. Wenn ihr wieder mehr sehen wollt. Dann schreibt mir das auf jeden Fall in die Kommentare. Lasst mir Hörtungen da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschau tschau. Tschau 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 tschau